Hallo, das ist Philipp Haas von InvestorSearch und hier möchte ich über ein wichtiges Thema reden, was manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät und es auch nicht die ganz einfache, klare Antwort dazu gibt, nämlich der Vergleich Gap vs. Non-Gap-Zahlen. Bei vielen Firmen unterscheidet sich das nicht so stark oder die Grundidee, dass man Non-Gap-Zahlen ausweist und sich auf diese fokussiert, macht Sinn. Nochmal zum Verständnis, also Gap steht für General Accepted Accounting Principles, also so übersetzt generell akzeptierte Buchhaltungsregeln bei US-Firmen. Die sind aber manchmal nicht ideal, um den wahren Gewinn einer Firma zu sehen, weil es kann ja einmalige Ereignisse geben, zum Beispiel eine Übernahme, wo es einmalige Kosten gibt oder auch einmalige Gewinne. Wenn ich ein Tochterunternehmen verkaufe, dann verbuche ich das ja in der Buchhaltung als Gewinn. Wenn ich dann mit 10 Millionen Gewinn mache und meine normale Firma macht nur 5 Millionen, dann habe ich in dem Jahr 15 Millionen. Wenn ich darauf dann KGV berechne, wird es natürlich nicht den wahren Wert ergeben. Also das muss man dann bereinigen und dann hat man diese Non-Gap-Zahlen. Auch andere Sachen machen durchaus Sinn, das zu bereinigen, deswegen per se sind diese Non-Gap-Zahlen eigentlich aussagekräftiger. Das Problem ist nur, dass vor allem in der USA das Thema Aktienvergütungen in diesen Non-Gap-Zahlen nicht drin ist oder oft nicht drin ist. Das ist auch nicht immer ganz klar. Das muss von den Portalen, welche Gewinne da ausgewiesen werden. Bei großen Firmen und profitablen Firmen unterscheidet sich das nicht so. Bei einigen Tech-Aktien gibt es da sehr, sehr große Unterschiede. Und meiner Meinung nach sind Aktienvergütungen halt echte Kosten. Es gibt ja dann auch Buyback-Programme, die diese Aktien zurückkaufen. Also manchmal gibt es ein Buyback-Programm, wo 3-4% zurückgekauft werden pro Jahr. Aber wenn halt so viel für Aktienvergütung für die Mitarbeiter rausgehauen werden, dann wurde eigentlich nichts zurückgekauft und die Anzahl der Aktien blieb gleich. Der Gewinn, der eigentlich in Aktionären zustand, wurde dafür verwendet. Also das ist das beste Beispiel, dass es echte Kosten sind. Klar kann man mal drüber reden, wenn es früher mal beim erfolgreichen Unternehmensjahr als einmaliges Ereignis für das Top-Management einmalige Aktien gab oder Aktienoptionen, dass sie die dann kaufen konnten, vielleicht ein bisschen günstiger von der Kurzentwicklung. Da kann ich, glaube ich, kann man noch drüber diskutieren, dass das ein einmaliges Ereignis ist. Ich kenne es aber zum Beispiel von Amazon. Meine Frau hat da gearbeitet, dass je nach Position 20, 30%, jetzt ist es ein bisschen, glaube ich, besser geworden. Teilweise der Gehaltsbestandteile waren Aktien. Das normale Gehalt war wirklich nicht gut, aber wenn die Aktien sich dann gut entwickelt haben, dann war es halt als Paket sehr, sehr gut. Und das Argument dafür war natürlich, deswegen schauen auch gerade viele gerne bei Tech-Aktien auf irgendwie EV, EBITDA oder EV-Free Cashflow, weil natürlich diese Aktienoptionen, die ich rausgebe oder Aktienvergütungen, die sind nicht cashwirksam. Also eine Firma geht deswegen nicht pleite, aber ich als Aktionär werde halt trotzdem verwässert. Und das ist ja oft, gerade wenn ich eine hohe Renditeerwartung habe, also mit so das Schlimmste. Deswegen normalerweise konzentriere ich mich auf die Zahlen, wo diese Aktienvergütungen mit drin sind. Wir sehen hier das Beispiel von Paypal. Das EPS, das obere sind die Non-Gap-Zahlen von 1,48 und es gab es 1,29. Und diese Differenz sind vor allem Aktienvergütungen. Und in Zukunft möchten sie auch in den Non-Gap-Zahlen die Aktienvergütung inkludiert haben. Und dann sollte man eigentlich auf diese Non-Gap-Zahlen schauen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum der Ausblick für 2024 so verhalten war bei Paypal, damit es dann bei dieser Umstellung nicht so Riesenunterschiede gibt. Aber es gibt natürlich auch Aktien, wo das ganz anders ist, zum Beispiel bei Lyft, das Konkurrent von Uber. Die sind nach Non-Gap-Zahlen eigentlich immer profitabel gewesen. Das war auch ein Grund, warum die Aktienkurs sich nicht so entwickelt hat, wie man von der Bewertung eigentlich meinen könnte. Weil die Gap-Zahlen waren immer defizitär. Und sind es auch immer noch, selbst jetzt, wenn die letzten Zahlen ein bisschen besser waren. Und wir sehen auch hier unten, die Anzahl der Aktien bei Lyft hat halt immer weiter zugenommen. Im letzten Jahr 30 Millionen. Bei, sagen wir mal, 15 Dollar Aktienkurs sind es halt 450 Millionen. Was auch bei einem Umsatz von 4,4 Milliarden fast 10 Prozent vom Umsatz ist, was eigentlich an Aktienvergütungen rauskommt. Und wenn man ein bisschen Value-Hintergrund hat, ist das eigentlich, sag ich mal, mehr als eine Red Flag. Oder muss man zumindest halt dann mit einberechnen. In einem typischen Bullenmarkt interessiert es die Leute ein bisschen weniger. Sehen wir auch hier an den Aktienkursreaktionen. Und auch bei den großen Aktien wie Alphabet oder Meta spielt es auch nicht so die Riesenrolle. Das sind jetzt kleine Unterschiede. Aber zum Beispiel halt, wenn mehr Value-Investoren aktiv sind, mehr institutionelles Geld, da wird dann das bereinigt. Und deswegen kann es manchmal sein, dass halt eine Aktie in irgendeinem Portal sehr, sehr günstig erscheint, wie eine Lyft. Die hat man irgendwie beim 15er KGV getradet. Dafür wäre sie eigentlich im Verhältnis zu Uber ein klarer Kauf gewesen. Aber wenn man es halt um die Aktienoptionen bereinigt, dann halt nicht mehr. Deswegen gibt es manchmal auch Unterschiede inzwischen den Portalen, weil die einen halt dann die Non-Gap- oder Gap-Zahlen nehmen. Und das ist etwas, was ihr ein bisschen im Hinterkopf behalten solltet. Aber kommt natürlich auch immer auf die Ansichtssache an, ob ihr Aktienvergütung als echte Kosten seht. Es ist zuletzt besser geworden. Also es ist auch etwas, worauf die Tech-Aktien mehr achten, auch in Zukunft, dass das nicht mehr so rausgehauen wird wie davor. Auch wenn ich Mitarbeiter abbaue, dann kann ich da was sparen. Und es wird auch, glaube ich, transparenter ausgewiesen. Und da hat eine Besserung stattgefunden. Aber vor zwei, drei Jahren gab es halt schon, finde ich, viele Exzesse. Und da wurde halt dieser Grundgedanke, dass ich mich auf die bereinigten Zahlen fokussiere, was ja eigentlich richtig ist. Weil es gibt ja auch, glaube ich, bei Amazon das Beispiel, die haben irgendwie eine Beteiligung an irgendeiner börsennotierten Firma. Wenn die sich verdoppelt oder falbiert, dann wird das immer dem Gewinn immer ausgewiesen. Es macht natürlich wenig Sinn, dass ich darauf dann meine Zahlen oder Multiple verwende. Also per se ist es schon richtig, auf die Non-Gap-Zahlen zu gehen. Aber es sollte halt keine zu großen Aktienverbesserungen sein. das ist ja auch wirklich Pacien. Vielen Dank.